Diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die neue Wohnung befindet sich in Leipzig. 1996 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Das Objekt verfügt über einen Balkon, eine Küche mit Fenster sowie einen Tiefgaragenstellplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 72 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Wohnung auf 621 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.